Aji ist ein guter Freund von mir aus Berlin. Ich habe seelische Unterstützung angeboten, wieder nach Kosovo zu kommen, die Gräber, Familienmitglieder von ihm zu besuchen, haben Blumen gekauft, sind jeden Tag dorthin gegangen. Auf dem Weg wieder in die Stadt hörten wir plötzlich Klänge. Flirten, Klavier, Geige, Klarinette. Um die nächste Ecke haben wir dann das Haus gefunden, Musikstuder Lorrainec Anthony. Wir haben auf der Tür geklopft. Aji hat mich dargestellt als Cellist aus Berlin. Der Mann in der Schule war sehr begeistert, hat die Tür aufgemacht und sofort eine große Besichtigung des Hauses mit uns gemacht. Der Direktor von der Musikschule stellte uns kurz vor. 40 Augen sowie brennende Lichten auf uns beiden fixiert. Mit so einer Liebe, so einer Intensität. In diesem Moment wurde ich gewonnen. Meine Neugier war total geweckt. Und ich habe gesagt, ich komme wieder. Der Cellist Frank Sumner Dodge entdeckt mit 18 seine Liebe zur Kammermusik und organisiert erste Konzerte in seiner Heimat, den USA. 1982 führt ihn ein Stipendium nach West-Berlin. Er spielt mit den Berliner Philharmonikern und dem Spanischen Nationalorchester. 1988 etabliert er in Berlin eine Konzertreihe für Kammermusik unter dem Namen Spectrum Concerts Berlin. Ein Experiment mit nachhaltigem Erfolg. Mit jedem Konzert schlägt Spectrum Concerts kulturelle Brücken zwischen Europa und den USA, zwischen bekannter und vergessener Musik. Das hat ein bisschen gefehlt in Berlin. Also man fragt sehr oft, was hat ein Amerikaner zu suchen in diesem Wahnsinnskulturgebiet. Seit 25 Jahren gelingt es Frank Dodge, allein mit Sponsoren und privaten Mitteln hochkarätige Solisten aus der ganzen Welt für das Projekt zu gewinnen. Die Musiker von Spectrum Concerts bieten ihrem Publikum ein ungewöhnliches Programm. Mit Musik, die sich nicht in die etablierte Konzertlandschaft pressen lässt. Nach 25 Jahren im Kulturbetrieb will Frank Dodge jetzt neue Wege gehen. Warum können wir als Musiker und Organisatoren nicht mehr das nehmen, was wir haben, anzubieten, woanders hingehen. Ich finde es toll, wenn wir eine Möglichkeit haben, im musikalischen Sinn, was hier zu bewirken. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Schule bildet Kinder an klassischen Instrumenten und in Musiktheorie aus, aber auch in Naturwissenschaften und allem, was man für die Aufnahmeprüfung zum Studium in Kosovo braucht. ZDF, 2020 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 ZDF, 2020